Ich bin TGW vom Kanal Multiplayer und in diesem Video erfahrt ihr, wie ein Tag in meinem Leben aussieht. Bevor jemand fragt, natürlich stimmt das alles und ist auch vollkommen ernst gemeint. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und dann halte ich jetzt auch schon die Klappe und sage Intro ab! Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Jeden Tag um 6 Uhr klingelt der Wecker und ich stehe frisch und motiviert auf und freue mich auf den Tag. Naja, jedenfalls wünsche ich mir das. Dann wird es auch schon Zeit für die Schule. Yay! Da freue ich mich jetzt schon seit gestern drauf. Wir haben in der ersten Stunde Mathe. Das ist mein absolutes Lieblingsfach. TGW, schon wieder zu spät. Und, wen bockt's? Also das lasse ich mir nun wirklich nicht gefallen. Das gibt einen Eindruck und eine mündliche Note 6. Naja, fahren wir nun mit dem Unterricht fort. Also, die Trigonometrie beschäftigt sich mit Berechnungen... Ich sitze da und verstehe nur Bahnhof. Deshalb halte ich es für das Sinnvollste, es meinen Mitschülern nachzutun und eine Runde zu pennen. Allerdings ist es nicht gerade angenehm, von der schlecht gelaunten Stimme des Lehrers geweckt zu werden. So, alle aufwachen, wir schreiben mal einen Test. Sauer darüber, so unsanft aus meinen Träumen gerissen zu werden, schlage ich dem Lehrer eine aufs Maul und verlasse gereizt das Klassenzimmer. Zu Hause angekommen, muss ich mich erstmal abreagieren und setze mich vor den Fernseher. Dort läuft allerdings nur Müll, was auch sonst. Deshalb schalte ich den Fernseher aus und mache mir erstmal ein bisschen Musik an. Okay. Dann wird erstmal ein bisschen abgedanzt. Bis sich mein nerviger Nachbar von unten zu Wort meldet. Ruhe! Ruhe! Sauer darüber, hole ich mir einen Eimer Milch, wenn ihr wisst, was ich meine, und betrinke mich. Jetzt wisst ihr auch, warum ich in den Aufnahmen manchmal so ein bisschen sonderbar drauf bin. Doch heute trinke ich mir so die Hucke voll, dass ich nichts mehr machen kann, als zu pennen. Dadurch verpasse ich schon wieder mal den Aufnahmetermin mit David. Das ist auch der Grund, warum öfters mal so lange keine Videos kommen. Und damit endet mein Tag auch schon. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, zum Beispiel, ein Tag im Leben eines Daweeds, oder auch andere Animationsfilme, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Ideen für andere Animationsfilme habt, dann könnt ihr sie gerne in den Kommentaren da lassen. Konstruktive Kritik ist auch immer gerne gesehen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann habt ihr genau jetzt die Chance, ein Abo da zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und... Ciao!